Herzlich willkommen hier bei uns im Stay Cook. Ich bin Mascha und ich bin Talia. Und wir sind deine Hosts. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt bei uns. Bevor du jetzt gleich dein Studio aufsuchst, lass mich dir noch kurz unseren Backyard zeigen. Hier findest du eigentlich alles, was du für deinen Aufenthalt brauchst. Hier in der Gemeinschaftsküche kannst du mit anderen Gästen zusammensitzen und wenn du magst, mit ihnen kochen und essen. Du kannst dir sogar eine Pflanze für das Studio ausleihen. Wir sehen uns gleich bei dir. Die Pflanze macht's aus. Findest du nicht, Mascha? Ja, sieht aus wie zu Hause. Hast du Lust auf einen Film? Ja, gern. Machst du die Küche zu? Klar. Wie du siehst, ist das Studio auf deine Bedürfnisse anpassbar. Nach den Chips ein Workout? Kein Problem. Mach das Bett einfach zum Sofa, dann hast du genug Platz. Wir schauen jetzt erstmal den Film und freuen uns auf deinen Besuch. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.